Grüß euch Leute, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Hunipop zum ersten Bonuspart heute. Letztes Mal hat Kyo uns angeboten, den Alpha-Modus zu starten. Wenn wir... Warum haben wir eigentlich das noch? Bullshit. Wenn wir hier alle Panties ihr geben, das machen wir allerdings noch nicht jetzt, weil ich möchte erst nochmal schauen, weil ich habe ehrlich gesagt so ein bisschen Angst, dass alles zurückgesetzt wird. Deswegen werde ich nochmal schauen, dass ich möglichst alles freischalte. Heißt, heute und nächstes Mal werden wir mit jeder nochmal auf ein Date gehen und halt hier möglichst viel Kohle und viel Outfits und alles freischalten. Erstmal Kyo, was kann ich dir denn so noch geben? Ach ja, apropos hier, wir müssen Celeste immer ja auch noch das Letzte geben. Glow Sticks, also Sticks, ein Fächer, Rainbow Wig, Sweatband. Das haben wir, das haben wir, Sweatband. Das Sweatband ist, glaube ich, das Einzige, was wir noch nicht ihr gegeben haben. Ne, die haben wir ihr auch schon gegeben. Scheiße, das heißt, wir können ihr nichts Neues kaufen. Egal. Dann ein Date. Ah ja, ja gut, das beginnt. Können wir uns jetzt aussuchen, wo wir hingehen? Moment, aber dann schaue ich mal, was für ein Outfit noch fehlt. Ähm, ähm, Magical, Lovely Lust, Neon Aura. Das haben wir, glaube ich, hier. Ist es der Ort, der bestimmte Outfits freischaltet? Ich glaube, Hiking Trail waren wir mit ihr noch nicht. Eins von den beiden, da waren wir definitiv schon. Ich sage mal Hiking Trail. Weil ich glaube, jetzt können wir die letzten Outfits garantiert freischalten. Wenn ich noch wüsste, wo wir überall mit denen waren. Ist das ein neues Outfit? Ne, scheiße. Egal, immerhin ist die Schwierigkeit aktuell noch gelockt. Von daher ist es jetzt nicht schlimm. So. Vierer Move. Scheiße. Egal, macht nix. Achso, ne, scheiße, das ist nicht gut. Ich würde gerne... Achso. Eins noch, eins noch. Egal. Das ist okay. Vierer Move. Ähm, Vierer Move. Mein D hier könnte rein theoretisch. Na, schade, kein Vierer... Ah, doch. Okay, okay. Okay. I'm digging it. Ja, ich auch. Flirtation mag sie zwar eigentlich, aber komm. Das war jetzt alles auch nicht von schlechten Eltern. Das kannst du mir nicht erzählen, Kio. Ja, gut, komm. Ja, leider. Talent, Moment. Mag sie Talent? Talent mag sie ja überhaupt nicht. Aber komm, das ist ein... Wobei, das hier ist sogar noch besser. Ist immerhin Vierer Move. Der bringt mir nämlich den hier. Wir haben nämlich nicht allzu viel Broken Hearts gerade. Das ist schlecht eigentlich. Ausnahmsweise ist das mal schlecht, dass man nicht viele Broken Hearts hat. Ja, definitiv und genauso. Ja, prinzipiell... Wir haben halt kaum Broken Hearts gerade. Das ist... Das ist so ein bisschen eine Neuerung. Also, da kann ich jetzt echt nix gegen sagen. Zumindest nix richtiges. Ja, komm, aber ich mein... Ja, komm, vielleicht noch ein bisschen durchmischen. Das könnte mich ficken mit dem hier. Aber... Gott sei Dank. Das war aber knapp. War nicht so geil, wie ich mir das... Oh, ne, das fickt mich. Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Das hier ist deutlich angenehmer. Ja, gut. Flirtation, ja. Probleme... Wobei, ne. Das macht nix. Das ist auch okay. Machen wir nochmal den hier. Und jetzt hier den hier. Und den hier. Ja, so stelle ich mir das vor. Ganz genau so. Ich hab das, glaube ich, dreimal hintereinander gesagt. Flirtation... Oh. Das ist ein guter Move gewesen. Das hier ebenso. Beautiful. Ja, ein Vierermove macht mindestens 500, wenn sie den mag. Zum Beispiel auch... Na gut, den mag sie zwar nicht so, aber... Es sind trotzdem knapp 200, selbst wenn sie ihn überhaupt nicht mag. Und das hier ist ein doppelgeiler Move. Von daher... Fertig. Das war jetzt nicht schlimm. Definitiv. Oh, Moment. Ich muss ganz kurz nebenbei schauen. Beachtet das nicht, was jetzt gerade hier nebenbei passiert, dass ich nicht voll dabei bin. Aber, okay. Ich hab noch Festplattensprecher. Angst kurz. Oh, Message von Kiyu. Moment. Gute Neuigkeiten. Du kannst jetzt Items direkt von uns ordern. Einfach to the girls' collection screen in her Profile and order from there. It'll cost you some serious huni, though. 10.000. Ja gut, ich hab 99.000 per Order. Shipping between parallel dimensions isn't cheap. Okay. Okay, was heißt... Oh. Heißt da... Oh, Moment. Heißt das... Ne, das nicht. Oh, ich kann die Sachen jetzt direkt. Das heißt, ich kann gerade die Gift Value, die sehr hoch sind, hier so kaufen. Jetzt ist die Frage. Dann versuchen wir das mal bei Kiyu. Wobei... Ne, wir versuchen es lieber bei einer, die schon fast alles hat, glaube ich. Weil bei ihr sind ja hier die Gifts jetzt auch nicht so gut. Gut, dann gehen wir mal zu Celeste. Hat die schon viel. Die hat schon einigermaßen viel und sehr viele Sachen, die sehr teuer sind vom Gift Value her. Außerdem müssen wir mit ihr reden und alles. Und ihr das geben. Von daher, Cille. Wow. Ja, super. Wir brauchen eine... Hier, Momo hat schon sehr viel. Gibt's eine, die noch... Achso. Bei ihr haben wir gerade geschaut. Okay, Bailey hat so gut wie nix. Jessie hat so gut wie nix. Oder halt nicht viel. Niki. Und Niki könnte eine Möglichkeit sein... Niki schaut eigentlich gerade sehr gut aus. Die halbe, der haben wir immer sehr gut auf die Geschenketube gedrückt. Ja, komm, dann gehen wir zu Niki. Make me proud. Und schauen einfach mal, ob wir... Aber das ist eine sehr gute Info. Das heißt, der Huni ist dann doch nicht unnötig. Was ist passiert? Ja, ich schaue das jetzt erstmal. Wir haben... Erstmal versuche ich natürlich zu schauen, dass ich möglichst ihr alles normal kaufe. Textbücher und ein geiler Laptop. Ich glaube, die hat sie beides schon. Ein geiler Laptop und... Ne, die Textbücher hat sie noch nicht. Also Textbooks hat sie. Ich hätte ihr... Weil das ja auch Huni gibt, hätte ich ihr das andere vorgegeben. Woher schenken soll. Den Laptop hat sie aber schon. Laptop Pro, das ist ja genau, ist derselbe. Gut, dann schauen wir einfach mal, was passiert, wenn ich jetzt hier tatsächlich meinen ganzen Huni ausgebe. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, 60.000 Huni. Aber vielleicht hilft es ja was. Aua. Äh, Inventar voll. Ah, nein. Es gibt aber zumindest so ein bisschen... Gibt's zurück. Gut. Und last but not least... Irgendwelcher Meeresscheiß. Okay. So, und jetzt bin ich gespannt. I'm not sure what I did to deserve this. You really don't have to get me. I'm not sure what I did to deserve this. But thank you. Das hat leider nichts freigeschalten. Ich glaube, das sollte ich eher... Weil ich glaube, hier die Outfits sind tatsächlich hier für die Orte, wo ich das Date hin verlege. Und die Haircuts sind für... Ich werde mir bis zum nächsten Mal ausdrucken oder zumindest mir anschauen, eine Liste, welche Outfits mir fehlen und wo ich die Girls dafür hinbringen muss. Dann kriegen wir vielleicht für die Modenschau doch noch komplett alles zusammen. Hm. Ja, das hier ist wurscht. Ich büß aufs noch nicht. Ich will doch mal das... Das what? Okay, das ist schon cool. Ja gut, dann reden wir mal kurz mehr. Ja, ja, ich weiß alles über dich. Was habe ich dir gesagt, war mein Lieblingsplatz, um zu hangen? Mein Bettrum. Ja. Das heißt, es gibt ja jetzt hier doch noch Sinn. Äh, past, there is ashamed, there was did one thing. Scheiße, das habe ich bei Tiffany gesagt und da war es gut und nicht bei ihr. Egal, komm, Date. Ich schaue jetzt aber mal. Okay, wir haben hier Nerd Girl. Okay, das kann ich jetzt hier am Beach leider nicht sehen. Aber Independent war das. Ich glaube, das war das Restaurant. Das war dieser Farmers Market. Das war, glaube ich, hier natürlich der Pool oder so. Nerd Girl weiß ich gar nicht mehr, wo das war. Eis. Okay, Water Park war das hier. Tennis. Oh, Tennis. Also entweder Ice Rink oder Tennis. Kurz, ich sage mal Tennis. Okay. Ich glaube, das ist gut. Ich meine, wenn du wirklich gehen willst. Sei ein neues Outfit. Sei ein neues Outfit. Sei ein neues Outfit. Bitte. Ich glaube, so macht man es. Hm. Ich mag virtual Tennis. Aber ich habe es nicht so oft gespielt. Das kommt mir bekannt vor. Aber wir haben mit jeder, glaube ich, ein oder zwei Dates nicht geschafft. Von daher muss das nichts heißen. Und was für ein Bullshit ist das eigentlich, dass ich jetzt hier das nicht gut hinkriegen kann. Ich brauche hier... Nein. Das ist jetzt Bullshit. Nein. Ich weigere mich. Es ist noch beschissener. Muss eigentlich... Ja gut, der bringt mir jetzt auch nichts. Weil ich würde... Ach, komm. Dann machen wir es halt so rum. Ist jetzt nicht optimal, aber... Ich glaube, das ist, wie du all die Mädchen bekommst. Ist das gut? Talent mag sie. Na gut, Talent geben, Alter. Talent geben mir, dass du nicht mehr schauen kannst vor Talent. Okay, ja. Roman... Ah. Nee. Bereitet das nicht ein Firmow vor, oder bin ich gerade dumm? Ich bin dumm. Wow. Äh... Außerdem, den magst du ja sowieso nicht so gern. Egal. Wir müssen hier jetzt eigentlich das hier wegkriegen. Was nicht leicht ist. Um nicht zu sagen, gerade nicht machbar. Ich glaube, wir haben jetzt hier schon verkackt, mehr oder weniger. Das ist alles nicht so optimal, oder? Scheiße. Naja. Alter, so wenig Talent und sie mag das so gerne. Das ist doch jetzt echt scheiße. Vierer-Moves sind auch gerade wahnsinnig schwierig. Wenn da wenigstens Sexuality runtergefallen wäre, das wäre... Komm, fall... Nein, da fällt hundertmal kein Sexuality-Move. Ja, gut, immerhin. Wow, echt? Danke. Bisschen durchschaffeln. Jetzt. Nicht zu schlecht. Das war jetzt nicht schlecht. So. Broken Hearts kommt. Ich glaube, das ist, wie du alle die Mädchen bekommst. Nicht ganz. Ähm... Uh. Uh, 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 uh. Scheiße. Uh, Scheiße. Nee, dammit. Nein? Ich kicke die beiden hier nicht runter, weil... Ja doch, ich kicke... Muss irgendwie... Einer zu wenig weit. Egal. Nein. Dadurch habe ich mir den Move gefickt. Ah, nö. Okay, wir müssen jetzt hier die... Nee. Das ist Bullshit. Komm, hier muss doch jetzt mal irgendwann demnächst Romance runterfallen. Natürlich fällt kein Romance runter, wenn ich... Augen. Einmal glaub mal in dem Spiel echt, dass ich keine Augen im Kopf habe. Jo, alter. Das Spiel ist aber sehr freundlich dafür, dass ich so dumm bin. Ähm, das ist awfully nice von dir. Das ist awfully nice vom Spiel, dass es mich so verhätschelt. Ja. Ja, ja, ja. Und... Achso. Ja, wurscht. Prinzipiell egal. Wir haben mehr oder weniger schon gewonnen. Vielleicht ist Alpha Mode doch nicht so ultra schwierig. Okay, okay. Aber nicht zu kackig. Okay. Erstens, mir ist gerade erst aufgefallen, dass die lang... die long-lasting Effects hier rechts oben zu sehen sind. Und haben wir jetzt was Neues freigeschaltet? Ja, das war... Das heißt, es ist tatsächlich so. Das heißt, es ist tatsächlich das. Geil. Geil. Dadurch, dass ich das jetzt weiß... Gehen wir jetzt erst mal zu Celeste. Das heißt, ich muss prinzipiell nur mithilfe des Hunis genug Geschen... und des Moonis, also ich kann das jetzt kombinieren, Geschenke kaufen und mit den Geschenken dann auf ein Date... Ja, das war... Es ergibt wahrscheinlich nicht viel Sinn, was ich jetzt hier sage, aber... Ja, on Earth genau. Das habe ich schon einmal gesagt. Egal. Oh, ma... Wow. Wo ist das mein ganzes Leben? Jetzt ergibt das auch Sinn. Also das Outfit nicht, weil... Ganz ehrlich, das sind doch Nippelklemmen. Das kannst du mir nicht erzählen, dass das irgendwas anderes ist. Ähm... Egal. Wir wollen bei ihr noch einige Sachen wissen. Äh... Genau. Please ask anything you'd like. Sehr gut. Nachname wäre geil. Ähm... Was workst du? Das wissen wir. Favorite color. How much do you weigh? Wissen wir, glaube ich, auch schon. Also color. Do you consider silver a color? Ja. Silber ist eine Farbe. Is there anything you'd like to know about? Definitiv. Und zwar... Das wissen wir last name. I presume you mean my clan name. I am a high ranking member of the Luvandus clan. Ass. Das heißt Ass. Okay. Ist schon genug. I'm sorry. Okay, dann Store. Water bottle und... Oh, Laptop. Laptop haben wir ihr, glaube ich, noch keinen gegeben. Ja, korrekt. Laptop fehlt hier noch. So, und Water bottle haben wir schon gegeben. Gut. Dann schauen wir natürlich, ob wir jetzt hier nicht... Ähm... Also wir brauchen hier nur noch ein Outfit. Okay, das heißt, ich kann mir das hier sparen, die für die Hairstyle Sachen zu kaufen. Das heißt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ich glaube, es ist aber eher Gift Value, weil bei ihr ist alles... Also sehr vieles. Hier 19, 17, 18, 13. Das sind alles hohe Gift Values. Ich glaube, wenn der Gift Value insgesamt bei einem Girl, keine Ahnung, 40 oder 50 überschreitet, sind dann alle Hairstyle irgendwann mal freigeschalten. Aber wir brauchen immer noch ein Outfit. Und zwar nicht den Slave. Also nicht irgendwie Beach Park oder so. Das weiß ich nicht mehr, wo sie das getragen hat. Das ist das Standard. Und das hier weiß ich auch... Ich weiß nicht mehr, wo sie den getragen hat. Scheiße, egal. Gut, wir können prinzipiell noch mehr Sachen fragen, weil wir haben ja inzwischen das Geld, uns hier einfach das hier zu machen. Ich wünsche, dass... Let's sehen, was du über die Welt über deine Planeten wissen. Okay. Was sind Stare, die sehr großartig gemacht worden sind, mehr als alles andere? Wasserstoff. Das ist korrekt. Ich sage ja, Astrophysik war mit Evolutionsbiologie mein Steckenpferd. Ich werde deine Wissen über mich testen. Was ist meine primäre Ockupation? Ja, du bist Kopfgeldjägerin. Excellent. Du erinnerst mich. So, und jetzt lassen wir mich auch fragen. Bitte, was du möchtest. Sehr gut. Wie toll bist du, wissen wir, glaube ich. Season wissen wir. Das hier wissen wir, glaube ich, auch. Also, du... Ah ja, weil du ja von einem Eisplaneten bist. Birthday, Hangout und OH, wie auch noch geil. Ich bin sicher, dass du mich über mich interessiert bist. Ja, wie alt bist du? Genau. Gehen wir bei deinem Eisplaneten? Ich würde 32. Okay, das ist... Also, Momo ist ein Jahr alt in Katzenjahren. Venus ist 10.000 Jahre alt. Dagegen ist 32 ja eine ganz normale Antwort. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Ich glaube, wir hatten es noch nie, dass ich versucht habe, ein Date mit dem hier zu machen. Klappt aber. Eisring, Scenic Overlook, Hot Spring. Hot Spring ist definitiv das Eisring. Eins von den beiden. Ich glaube, bei dem haben wir das hier freigeschaltet. Von daher Eisring. Ich bin sicher, dass du schon wieder wussten, dass ich ja sagen werde. Wie gesagt, heute ist es nur Gessen. Nächstes Mal werde ich mir das dann raussuchen. Äh, wo... Welches Outfit bei wel... Welcher Location? Scheiße. Das Environment hier ist nur wie mein Planet. Scheiße. Also, merken, bei Celeste ist es nicht der Eisring. Wow. Das fängt ja schon mal sehr gut an. Wow. Ja, gut. Sehr beeindruckend. Exzeptional. Ich bin sehr dankbar. Hm. Finde ich alles nicht so super. Talent. Oh, Talent, ja. Talent finde ich gut. Äh, das hier finde ich auch gut. Und dann finde ich den noch gut. Mit dem hier kombiniert. Talent. Oh, Talent. Ich hab's nicht gesehen. Das ist die Excuse. Äh, genau. Jetzt kriegen wir den hier. Nein, eins zu weit. Nein. Wieder oder hoch. Wieder. Egal. Das sollte nichts machen, wenn wir... ...das hier runterknocken können. Scheiße. Egal. Ah, das ist jetzt auch nicht so schlimm. Mhm. Ja, das ist natürlich super jetzt gerade. Ich weiß nicht, ob du... Nein, Romans, das ist, glaube ich, nicht so deins. Ah. Okay. Gut, also jetzt ist das Passion-Level schon mal hoch. Jetzt können wir uns wirklich ranhalten. Talent. Vielleicht kriege ich ja noch einen Vierer-Move mit dem. Irgendwie. Fragt nicht weh. Ihr habt selber keinen blassen Schimmer. Ich glaube, das wird nix kommen. Warum sollte ich mich da jetzt eigentlich großartig anstrengen? Außer für das Geld. Und das Geld bringt mir jetzt auch nicht wirklich was. Also direkt zumindest nicht. Ja, ich mache jetzt halt ein bisschen Kohle. Aber prinzipiell... ...sollte ich jetzt eigentlich nicht mal allzu sehr auf Gewinn spielen. Weil... Wie gesagt... Warum? Okay, in einem Geschenken-Gaul und so. In einem Geschenken-Gaul. Schau mal, nicht ins Maul, aber... Ich meine, wenn es sich so ergibt, dann... Ja, okay. Dann gerne, gerne. Ja gut, das ist aber jetzt nicht so wahnsinnig viel, aber... Äh, ne, ich glaube, wir sind am Sack. Wenn mir nicht alles toll... Achso, ne. Noch sind wir nicht am Sack. Aber gleich. Äh, doch, vierer Move. Alter, wenn ich das jetzt noch gewinne... Wenn ich das jetzt noch gewinne, dann ist es echt unverdient. Oh. Hm, wie kriege ich das jetzt hin? Äh, so und so, oder? Ne, nicht ganz. Okay, ich brauche mal kurz... ...nen vierer Move. Und zwar einen wirklichen vierer... Achso, hier. Stellis, was ist dein Verlust für das? Das war ich nicht. Das kann ich ganz offen und ehrlich sagen. Outstanding! Ja, okay. Macht nix. Macht nix. Wer hat das... Das Outfit... Vielleicht muss ich meine Erwartungen für die nächste Zeit wieder reingestellen. Ne, ne, es passt schon. Ich habe nur mehr oder... Ich habe mich nicht angestrengt. Ich habe mich absichtlich verloren, aber... Ich habe mich nicht angestrengt, weil... ...das Outfit nicht gepasst hat. Aber das Problem ist, wir können das heute nicht mehr versuchen. Egal, dann würde ich sagen, gehen wir es einfach mal... ...nach der Reihe durch, mehr oder weniger. Komm und besitze mich, irgendwann. Wir schauen bei Kiana, weil es gibt bei jeder. Ich glaube, außer Audrey hat jede mindestens ein Outfit und ein... ...irgendwie Haarstile noch frei. Ja, es ist lange her. Da ist diese Reaktion nicht unvorstellbar. Ein Outfit. Also, Checkmate... Oh, ich weiß nicht, wo das war. Lemon Cream. Ich glaube, das war Scenic Overview. Checkmate, Lemon Cream... Emerald Coast. Egal, erstmal... Haarstile, das haben wir alle. Von daher... Surpreise-Question. Okay. Ich bin sicher, dass du das einfach nur gewusst könntest. Gut, wo gehen wir jetzt hin? Outdoor Lounge. Quarksroo Carnival. Winnie's Restaurant. Ich habe keine Ahnung. Outdoor Lounge. Äh... Kann ich jetzt rein theoretisch noch hier... Boah, war das Outdoor... Boah, war das Outdoor... Moment, wo kommen wir überall hin? Outdoor Lounge Corkscrew Winnie's. Ich glaube, Winnie's war das hier, wenn mich nicht alles täuscht. Jetzt ist die Frage, ist Outdoor Lounge oder Corkscrew Carnival eher das? Gefühlt eher Outdoor Lounge, oder? Wegen dem Hoodie. Von daher... Das Winnie's Restaurant war sicher das andere, aber jetzt ist die Frage, ob das hier ein Neues ist. Komm. Ja! Okay, das ist nicht einmal ein schlechtes Outfit. Okay, jetzt... Jetzt will ich mich aber auch konzentrieren. Doch, doch, das ist... Jetzt ist es serious business. Du magst Talent, nicht Romance. Das war gut. Talent. Nicht Romance. Aber gegen Sexuality hast du sicher auch nichts. Talent. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Das ist jetzt nicht so gut gerade. Man, ich kann das hier machen, aber das ist nicht so gut. Ah, das hier. Okay, ich mach den hier mal. Ich könnte mir jetzt Sentiment holen, oder? Ich hoffe auf einen Vierermove, der relativ bald sich ergibt. Wo, nur wo kann er sich ergeben? Ist es gerade schlecht? Oder beziehungsweise ist es gerade schwer, dass sich so einer ergibt? Scheiße, warum? Ein Sentiment... Komm, wir machen jetzt den hier. Machen den hier. Und jetzt muss ich mich mal ums Sentiment noch mal nicht scheren, eine längere Zeit. Scheiße. Okay, aber das ist jetzt gut, weil... Deswegen. Das fickt mich nicht, oder? Nee. Also, es hätte mich ficken können, aber es sah sehr unwahrscheinlich aus. Das ist okay. Gut. Ähm... Wobei, das bereitet schon wieder ein Vierermove vor. Wenn ich jetzt hier... Genau, wenn ich... Tanke ich jetzt den für den... Nee, nee, das ist schlecht. Weil ich muss nur die drei... Ich muss nur die drei runterkriegen. Hm, das ist sogar schlecht. Egal, dann machen wir den hier. Das war jetzt zwar kein Vierermove, aber es war schon okay. Der hier... Ja, sowas weiß man halt vorher nicht. Von daher... Das ist, glaube ich, gerade echt nicht... Schlecht? Nein, das hier ist aber so besser. Nee, ist so nicht besser. Scheiße, ich habe auf Broken Hearts echt gehofft. Aber dann machen wir es halt so. Ja, Talent schaut echt... Oh, das könnte ein echt geiler Vierermove werden, wenn ich... Scheiße. Wenn ich scheiße, genau. Wenn ich scheiße... Oh, das schaut jetzt alles so gut aus eigentlich. Fast zu gut, um wahr zu sein. Ich muss die hier ne... Muss die hier irgendwie wegkriegen. Hier eine Dreier. Okay, ich kann den machen, aber das... Nein. Ah doch, nee, den hier. Nicht ganz. Das Problem ist, ich muss jetzt hier die so wegkriegen. Das ist jetzt nicht toll. Nicht toll, wie das alles läuft. Schade. Nein, ich bin ein Idiot. Ich hätte das runterfallen lassen können. Vielleicht, irgendwie. Und dann wäre hier eine Viererei gewesen. Oh, nee. Oh, nee. Ja, gut. Vielleicht. Es schaut alles so gut aus eigentlich, aber... Ähm, was ist jetzt am sinnvollsten? Der hier, der hier, der hier, genau. Wenn ich jetzt den hier mache... Ah, nein. Okay, manchmal verstehe ich es nicht ganz. So, wir brauchen jetzt hier... Hier müssen wir jetzt was wegkriegen. Genau deswegen. Und deswegen. Okay, das habe ich... Ich muss das jetzt hier gewinnen. Ich muss das gewinnen. Ich muss es gewinnen. Aber wir wissen, der Quark's Ruh Karneval ist es. Okay, wie viel haben wir? Eins, zwei, drei, vier. Vier ist jetzt nicht so geil. Alter, nehme ich mal lieber den hier raus. Oder ich nehme mal lieber den hier raus. Okay, das war gut. Okay, vier Moves. Wir dürfen es jetzt nur nicht hardcore verscheißen. Okay. Danke, liebe... Danke, Glücksgötter. Danke, danke, danke. Neues Outfit. Letztes von ihr. Hey, also... Du willst vielleicht diese Party wieder zurück zu deinem Platz? Oh. Freu dich auf zensierte Nippel! Ja. Okay, das heißt, ich muss mal wieder... Nach langer Zeit... Weil letztes Mal mit Venus war sie ja enttäuschend... Äh, muss ich mal wieder... Okay, na gut. Muss ich mal wieder ran, wenn's kein anderer kann. Ähm, 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 ähm... Ähm, nein, 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 wo... Ähm, 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 ich seh's grad nicht. Scheiße! Scheiße! Nein, ich bin wieder blind. 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 Aber immerhin haben wir es doch noch hingekriegt. Alles klar. Ich bin wieder blind. Beziehungsweise mit dem Date halt mit der Zeit. Erster Bonuspart, das kann schon ein bisschen länger sein, oder? Was? Warum auf einmal so? Okay. Okay. Äh, 6 Jahre, weil du Professorin bist. Ja, genau. Ich habe eine Frage für dich. Hm? Hm? Okay. Äh, nicht mein Ding, nothing weird, believe me. Ich will dich. Oh mein Gott. Ähm, bei ihr fehlt noch ein Haircut. Ähm, bei ihr fehlt noch ein Haircut. Bei ihr fehlt echt nur mehr ein Haircut? Dann würde ich sagen, schauen wir, was hier im Store ist. Keine unique Gifts übrigens, nur mal kurz als Info. Also, ein Cube, Vogelhaus, Gartenzwerg, Boardgame. Äh, Cubehammer, Boardgamehammer, na, nur Jugend, Boardgame. Also, die beiden müssen neu sein. Das wird tun. Das wird tun. Das wird... Alright. Ich will admit es. Du hast gut gemacht. Youthful Hairstyle. Und damit haben wir auch bei ihr alles freigeschalten. Wie gesagt, Modenschau kommt bald. Äh, ich weiß gar nicht, wie ich die Modenschau mache. Ich glaube, ich werde einfach, äh, quasi das Outfit anziehen, dann kurz was dazu sagen. Nächstes Outfit. Oh Gott, da werde ich mich echt wie so ein Fashion Designer fühlen. Fashion Designer Sniper, darauf könnt ihr euch bald freuen. Gut, ich würde sagen, Date. Wobei, wir haben... Komm, wir warten jetzt einfach, weil wir müssen jetzt nicht bei jeder auf ein Date gehen. Weil wir haben ja auch noch den Huni. Ich glaube, wir können die jetzt mehr oder weniger langsam abarbeiten. Wir werden nächste Folge, keine Angst, schon noch Dates machen, aber... Das wird jetzt nicht schlimm sein. Oder so. Oh, hi. Wie geht's? Also nicht zu viel, sagen wir mal. Profile. Ähm, bei ihr... Oh, bei ihr fehlen zwei Outfits. Das heißt, wir werden definitiv zu ihr nochmal zurückkommen. Ähm, ja. Und das ist, glaube ich, auch eine gute Zeit, weil bei ihr würde ich mich echt ärgern, wenn ich was Falsches hier nehmen würde. Deswegen, ähm, damit ich nichts Falsches nehme, schaue ich bis zum nächsten Mal, ich hoffe, ich vergesse nicht, ich hoffe, ich vergesse nicht, ähm, nach, was es so gibt, beziehungsweise was es da für Möglichkeiten gibt. Was auf dasselbe rauskommt, aber gut. Bis zum nächsten Mal verabschiede ich mich allerdings, bis zum nächsten Mal bei Let's Play Hunipop Bonus Part 2. Und das ist vielleicht dann sogar, wenn wir, wenn wir nicht allzu langsam vorankommen mit den Dates und allem, vielleicht sogar der letzte Bonus Part. Wobei wahrscheinlich... Ne, ne, also vor der Fashion Show meine ich. Aber, ne, wahrscheinlich wird es noch zwei Parts geben, weil wir brauchen ein, zwei, drei, vier, fünf, mindestens noch sechs Dates. Und sechs Dates in einer Folge, äh, könnt eng werden. Und nicht die gute Art von Eng, die wir hier vorher bei Keanu erlebt haben. Ja, ich halte ja schon den Mund. Wir sehen uns nächstes Mal wieder. Wie gesagt, nimmt nichts ernst, was ich hier sage. Äh, ja, sonst habt ihr ein schlechtes Bild von mir. Bis zum nächsten Mal bei Let's Play Hunipop. Bis dahin sage ich Tschüss, Leute!